Bei dir ist alles aufgeteilt, das heißt wir geben alle A. Wer spawnbar von euch? Ja, einfach alle drauf spawnen. Wir haben so wenig Mopeds. So. Kommt der erste Armeewagen. Einer ist auf A3. Einer ist noch A3. Die kommt aus Richtung von RGD. Wow. Ok. Selbstaufgabe. Ach, Panzer 3. Nicht ernsthaft. A3 ist bei uns. Ok. Ah, bei E sind wir schon bei E2. Super. Ah, wir haben ein Ausbekommen. Wir können wieder spawnen. M10 steht genau da. Ich renne da mal hin. Bände einer links am Hügel Richtung A3. M10 ist ein bisschen gemoved. Noch M10 ganz 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 rechts auf dem Hügel. Falsch ist eine Garage bei Armeewagen. Ja. Hast du den? Na ok, ist tot. Ja, der klasse. Ja, die hat zu. Ja, einige Fahrzeuge. Ah ja. Ja, die Ratschärung. Hast du den MC-Lane? Kann. Okay. Okay. Und dann heißt es nur noch... Oh. Ich glaube man zu früh ist. Hau mal hinter dir. Hau mal hinter dir. Wann macht so eine Grease-Carn auch so entfernen? Schade. Habe ich. Hier. Hinter dir 50 Meter. Herr Merkel rechts von dir sieht den Rollner. Die Wahrheit. Rechts für den Autofahrt 12. Ab. Gehen wir mit zu A1? Äh da steht... Es ist in einem 10 Reiten steht. Naja. Alter dahinter. Offen. Darüber. Das ist alles für Opfer. Die ballern 5-6 mal auf dich. Und du paust sie dann mit einem Schuss weg. Alter. Keiner ist da drin. Da. So. Wie geht er? Eine, zwei, ein. Zweifel. Nein. Shit. Okay ist weg. Was? Nein. Von rechts. Autofahrt 12. Drei. 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 Hihihi. Motorrad. Hinter uns. A1. Ist vielleicht der Panzer. Links von A2 Ganz ganz weit außen Ich glaube entweder kommt der jetzt zu dir Yuka Ja ich glaube das ist ein Anti-Danker der kommt zu dir Yuka Ja fahr 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 Ja So gehts mit dir Hinter uns bleibt stehen Bleib stehen Lord Theo sollen wir dich auch aufholen? Ne ich bleib hier Ähm M2A2 Alle bei A2 Hast du was gegen den Tank? Dankeschön Deo bei dir Achtung Danke Hast du den? Jaja Der legt sich ernsthaft auf den Boden Und noch einer liegt Wow Wow Das passt schon zu knapp War zu zweit Ab Gut Keine andere ist auch klar Wie heißen das? Die sind es Mammel einen in der Garage vermutlich Wo ich es ankert habe Yukan da ist einer oben auf dem großen Platz Ah ich bin schon weg Ach anhaltig oder? Oben Pack mal den Befehl drauf Theo Damit ich weiß wie weit der weg ist Wo? Achso Der Tank Achso Ja Ja Da sitzt auch irgendwas Wenn das irgendjemand bekommen könnte Ja Ich hoffe ich habe ihn Alter Zu viel austragen No life crew Da merkt man immer wenn man die MP40 nachladen Man muss das Dass Bon gut gelaufen ist Wer wollte mir eben so entdecken schicken? Sniper auf dem Hügel Einen habe ich Ich weiß nicht ob es da noch war Ich komme vom großen Berg Ah sie ist Ok Die nächste M10 Auf dem großen Berg Robert Ja Da Mal an Danke Man muss ja Putz Ich habe immer APCs Ich habe immer APCs Ah links vorn A2 Links vorn Links vorn Ja links vorn A2 Ja links vorn A2 Ja er war genau neben Werd jetzt so dran Ah dann werd ich wohl Ganz außen Einer kommt noch A. Ist in der Garage jetzt. Habe ich. Gut, danke. APC ist glaube ich down. Oder? Ich glaube. Ja, dürfte. Voll beladener Jeep oder zu zweit zumindest A2 von hinten. Ach, jetzt hat er da Telamin am Spawn von denen gelegt. Ich weiß nicht. Aber das ist wieder so Hobbylos von denen. Liegt da irgendwelche Telamin? Wie viel sind wir am Punkt? Ich glaube 2 waren es bei A1. Okay. Ich spore jetzt recht. Okay. 5-0. 3-1. 1-1. 1-1. Noch 30 Minuten. 3-1. 1-1. 2-2. 2-3.